Vielen Dank, Freunde. Heute war unsere letzte Vorstellung. Und immer an dieser Stelle bedanken wir uns bei dem Haus, was es Musikern, die uns ermöglicht, auf einer Theaterbühne zu spielen. Heute kann man das sehr persönlich tun, denn der Mann, der uns hergeholt hat, steht genau hinter euch, der Gartenbogen, der Direktor hier von der Kommune, der ist der Ola. Vielen Dank. Danke. Heute war die letzte. Wir werden sehen, aber wir kommen natürlich wieder in die Komödie, denn ihr wisst ja, wenn wir was Schönes haben, kommen wir gerne hierher, wie zum Beispiel jedes Jahr mit der Firebird's Burlesque Show, die starten wir immer hier. Ja, eine kennt das. Bevor wir auf Tournee gehen und auch in Gebieten spielen, wo es den Menschen nicht so gut geht wie hier, zum Beispiel in München oder Frankfurt. Aber wir starten immer hier in Dresden, hier speziell in der Komödie. Am 27. Februar geht's los, bis 3. März sind wir zwei Tage hier, also wenn ihr dabei sein wollt. Wir haben dieses Jahr Künstlerinnen aus sechs Ländern, Artistik, Burlesque, Tanzgesang, natürlich viel Musik, es würde uns freuen, wenn ihr mit vorbeikommt. Firebird's Burlesque Show. So, jetzt wollen wir nächstes Mal gucken, ob ihr bereit seid, auch ein bisschen mit uns zu feiern. Wer von euch muss eigentlich morgen früh rauskommt, das Handzeichen? Dann geht ihr Arme hoch mit einem echten Verbündeten. Ich kann euch aber beruhigen, wenn wir mit einer Aftershow-Party durch sind, wir haben da sofort mit Befreiung für den Arbeitgeber, wir geben das um uns rum. Das geht da. Also es war das Verbuchende Party-Kauf, ich glaube jetzt, let's have a party. Also es war das Verbuchende Party. Oh! Tingen Party! Sein' through the store, on the phone, on the phone, every party, then I'll give it on the piano. Oh! Oh! Das war's. Musik Musik